2.11p. Ja, hi, I'll talk about, ich rede über Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation auf IEEE 802.11p. Und ich bin, ich habe schon seit vier Jahren daran gearbeitet, bei Volkswagen. Und ja, ich weiß ein bisschen was darüber. Und ich rede über dieses und ich muss eine kurze Motivation vielleicht geben am Anfang. Und erst mal einige grundlegende Konzepte über die Standards. Und dann gucken wir nochmal einige Standards an und danach geht es um Sicherheit, Security. Und am Schluss rede ich dann noch darüber, was die Herausforderungen sind und was wir in der Zukunft machen wollen. Also fangen wir mit der Motivation an. Grundsätzlich ist die Motivation für Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation, dass wir Unfälle verhindern wollen, Crashes verhindern wollen. Und das wird immer schwieriger für die Autoindustrie, weil wir ganz viele, ja, wir haben ganz viele Probleme gelöst in den letzten Jahren. Und das Problem ist jetzt, dass es einige Ereignisse gibt, die wir nicht vorhersagen können. Und es ist sogar schwer, das mit Sensoren zu erkennen. Viele Rettungsfahrzeuge fahren mit Martins-Torn rum und wir haben einige wirklich, wirklich hässliche Unfälle. Und mit normalen Sensoren ist es wirklich schwer, das zu erkennen, diese Rettungsfahrzeuge zu erkennen, denn die verhalten sich ganz seltsam. Die halten sich nicht an die Regeln, anders als normaler Verkehr. Und das ist ähnlich wie zum Beispiel, wenn einer bei Rot über eine Ampel fährt, das ist auch ganz schwer zu erkennen, auch bei einem normalen Auto. Und wir glauben, wir können dieses Problem lösen durch Kommunikation zwischen den Autos. Vielleicht habt ihr gehört, von dieser Technologie gehört, und alle diese Gefährdungen haben etwas gemeinsam. Eins ist, dass sie wirklich lokalisiert sind und wir haben keine Einflüsse aus mehreren Kilometern Entfernung, sondern das ist ganz nah dabei. Und das heißt, wir haben nur kurze Entfernungen. Wir müssen uns nur mit der Kommunikation über kurze Distanzen unterhalten und das ist zwischen Fahrzeugen. Aber wir können auch mit Infrastruktur an der Straßenseite unterhalten. Und das ist ganz wichtig, zum Beispiel für Signalanlagen, für Ampeln, aber über Infrastruktur rede ich hier heute nicht. Wir haben, wenn man darüber nachdenkt, über die Anwendungsfälle und Unfälle, dann muss man sehr schnell sein. Wir wollen schneller sein als Menschen in der Reaktionszeit. Also wir glauben, wir brauchen einige Kommunikation von vielleicht zehn Millisekunden. Das ist nur eine Annahme, aber es war am Anfang eine Annahme. Und wir haben auch das Problem, dass wir nicht vorhersagen können, wer wirklich an dieser Information interessiert ist. Der Verkehr bewegt sich ständig und das heißt, die Relevanz dieser Gefährdungen kann sich ändern für jedes Auto in Minuten oder sogar in Sekunden. Und das hängt von der Gefährdung ab. Und wir haben 2008, glaube ich, ein eigenes Frequenzband für diese Kommunikation erhalten. Und das, was wir erreichen wollen, ist, ja, das ist das, was wir erreichen wollen mit dieser Kommunikation. Und ich, bevor ich von den Standards spreche, gibt es einige wichtige Konzepte, die wichtig sind. Und das macht es einfacher zu verstehen. Stellt euch vor, ihr habt einen Anwendungsfall wie hier in diesem Bild. Das heißt, wir haben eine Notbremsung und das blaue Auto bremst sehr heftig und dann hat das weiße Auto das Nichtsehen. Für das weiße Auto ist es sehr wichtig, wenn dieser LKW bremst, dann ist der Abstand zu klein. Wenn der Abstand dann zu klein ist, dann gibt es einen Unfall. Und das weiße Auto kann das blaue Auto nicht sehen und das ist das Problem. Und deswegen, das ganze Ereignis, wie sage ich das, das ganze Ereignis hängt von allen Autos hier ab. Und der LKW-Fahrer reagiert zu spät und dann hat auch am Ende das weiße Auto ein Problem und dann gibt es einen Massenunfall und das ist nicht schön. Und wenn man Kommunikation hat, dann verkürzen sich diese Reaktionszeiten, weil wir diese Ereignisse entkoppeln können. Wenn das blaue Auto bremst und man kann eine Nachricht zu dem weißen Auto schicken, dann verbessert sich die Reaktion des weißen Autos. Und das ist die ganz einfache Idee dahinter. Das funktioniert auch für einen anderen Anwendungsfall, zum Beispiel bei einem Auto mit einer Panne. Und das ist ähnlich. Man hat ein Ereignis von vorne und dann ist ein Auto mit einer Panne und man will die nachfolgenden Fahrzeuge informieren. Das ist die ganz einfache Idee dahinter. Aber man muss etwas mehr darüber nachdenken, wie man diese Informationen kommuniziert. Die einfache Lösung ist, wenn das blaue Auto zum Beispiel bremst, dann kann eine Notbremsung erkennen und eine Nachricht schicken. Das weiße Auto kann dann reagieren. Das ist ganz einfach. Und diese Art Kommunikation nennen wir eventbasierte Kommunikation. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Man kann die Erkennungsposition verändern, wenn man nur statische Informationen aus dem blauen Auto sendet, zum Beispiel wie schnell es fährt, wie die Beschleunigung ist, wie es bremst oder wird gerade gebremst. Und man sendet das häufig, dann kann man solche Ereignisse erkennen in dem empfangenen Auto. Und das verändert die Regeln ein wenig, aber das werden wir später sehen. Okay, aber beide Ansätze haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Ein Nachteil, den wir hier sehen können, ein Nachteil der Aufmerksamkeitsbasierten... Okay, Entschuldigung, vergesst das, also diese Statusmeldung aussenden, Kommunikation nennen wir aufmerksamkeitsbasierte Kommunikation. Und wenn man damit erkennen kann, dass da ein Fahrzeug vor ist und das irgendwie stillsteht, aber du nicht weißt warum, ob das Auto vielleicht kaputt ist oder es ist vielleicht ein Stau. Für die Sicherheit ist es okay, weil du weißt, da ist irgendwas und du reduzierst deine Geschwindigkeit, das reicht aus. Aber vielleicht gibt es unterschiedliche Strategien für unterschiedliche Ereignisse. Zum Beispiel, wenn ein Fahrzeug stehen geblieben ist, dann kann man einfach vorbeifahren. Oder wenn es ein Stau ist, dann will man vielleicht von der Autobahn herunterfahren. Also das könnte ein Nachteil sein. Aber es gibt unterschiedliche Nachteile und Vorteile für jeden Typ. Wenn man die Ereignis-basierte Kommunikation hat, dann eine Nachricht, die das Ereignis beschreibt, ist die Idee. Zum Beispiel eine Statusmeldung über das Fahrzeug. Das Problem bei den bewusstseinsbasierten Kommunikationen ist, dass es komplexe Interpretationen dieser Nachrichten gibt. Und das ist nur ein Indiz, was könnte es vielleicht gewesen sein. In der Ereignis-basierten Kommunikation kann man direkt beschreiben und interpretieren, was eigentlich das Problem gerade ist. Der andere Vorteil bei der Ereignis-basierten Kommunikation ist, dass es nur eine Nachricht braucht, die man erhalten muss. Bei der aufmerksamkeitsbasierten Methode braucht man viele Nachrichten. Die man empfängt, bevor man versteht, was passiert und erkennen kann, was los ist. Aber die Ereignis-basierten Kommunikationen haben das Problem, dass man wissen muss, welchen Benutzungsfall man gerade braucht und abdecken möchte mit der Technologie. Wenn man einen Anwendungsfall hat, der vielleicht in der Zukunft erst auftaucht, dann weiß man momentan noch nicht, wie man darüber reden soll und dann kann man es auch nicht erkennen. Das wird ein Problem sein, wenn man ein Auto acht oder zehn Jahre in der Straße benutzt. Für diese Zeit kann das Fahrzeug solche neuen Ereignisse eben nicht erkennen. Das könnte ein kleines Problem sein. Aber wenn man die bewusstseinsbasierte Kommunikation hat, dann reden wir nicht über Anwendungsfälle von Anfang an nicht. Und man kann neue Anwendungsfälle später entwickeln. Das wäre möglich. Okay. Also diese ersten Konzepte werden wir gleich für die Standards brauchen zu verstehen. Das Problem mit den Standards ist, dass es nicht nur eins gibt. Wie immer. Wir haben drei Standards bisher. Es gibt einen in Amerika, einen in Europa und einen in Japan. Dann gibt es viele Aktivitäten im Bereich der Kommunikation zwischen Fahrzeugen in China. Und dann habe ich vergessen, in Südkorea gibt es auch Aktivitäten in dieser Technologie. Ja, ich werde heute nur über Amerika und Europa sprechen, weil das ist, was ich mehr oder weniger mache auf Arbeit. Was wichtig zu wissen ist, ist, dass in Europa gibt es ein Auto-zu-Auto-Kommunikationskonsortium, was die Standardisierung übernimmt. Und in Amerika ist das Camp, die sozusagen Interessensvertreter sind. Und in Amerika ist der Standard aufmerksamkeitsbasierte Kommunikation, fokussiert in Europa eher auf die andere Kommunikation. Okay, hier ist eine kleine Folie, um zu sehen, wer dabei beteiligt ist in diesen Entwicklungen dieser Standards in Europa. In Europa sind es eher die OEMs und ein paar Zulieferer und Forschungsinstitute und solche Sachen. Okay, ich habe euch erzählt, dass in Europa ereignisbasierte Kommunikation vorherrschend ist und die Hauptnachricht ist, man benutzt dezentralisierte Umgebungsbenachrichtigungsereignisse, Nachrichten. Also es gibt Eventcodes in den Nachrichten und ein bisschen zusätzliche Nachrichten für besondere Anwendungsfälle. Also mehr oder weniger ist das, was in so einer Nachricht steckt. In Amerika ist diese grundlegende Sicherheitsnachricht, also habe ich euch schon erzählt, enthält einige Statusinformationen über das Fahrzeug. Aber wenn man in dem Thema arbeitet, dann wird man die Vorteile von beiden haben wollen. Und selbst in Europa gibt es die Nachrichten, die kooperatierte Aufmerksamkeitsnachrichten heißen, sehr, sehr ähnlich zu den grundlegenden Sicherheitsnachrichten aus den Staaten. Die Amerikaner haben Flagfelder, die dann Basikkommunikationsfelder haben. Also wir haben die Vorteile zusammen gemischt von beiden Ansätzen, aber das werdet ihr gleich sehen, dass es ein bisschen anders ist. Ich werde jetzt auch nicht weiter über diesen Umfang dieser Nachrichten reden, aber man kann rechts und links sehen, welche Standards da definiert sind und kann näher nachschauen. Leider denke ich, dass die SAE-Standards nicht öffentlich sind oder man sie bezahlen muss, aber die ETS-Standards sollte man im Internet finden. Okay. Jetzt haben wir festgelegt, was übertragen wird an Inhalt in diesen Nachrichten, welche Anwendungsfälle wir haben. Und es gibt das Problem, dass wir nicht nur diese zwei Meldungen haben oder drei, sondern wir haben viel mehr verschiedene Nachrichten. Also brauchen wir eine Art Multiplexing und zum Beispiel gibt es andere Nachrichten, Timing-Nachrichten, die zu Ampeln zum Beispiel gehören. Und in Europa gibt es ein Transportprotokoll mit einem eigenen Header, aber es ist zum Beispiel wie UDP, hat aber kein Längenfeld, aber es hat einen Source-Port und einen Destination-Port. Und was anders ist als UDP, ist, dass es keine dynamische Allokation von Ports gibt zu Applikationen, sondern dass das im Standard definiert wird, das ist aber alles. Und in den USA haben wir so ein Protokoll nicht, aber es gibt eine implizite Konvention, eine Vereinbarung, dass man ein Element am Anfang des Inhalts hat, der Nachrichten, und das ist ein Aufzählungselement, was zwischen den Nachrichtentypen unterscheidet. Und das Problem ist jetzt, dass man nicht weiß, wen man informieren soll über Verkehrsereignisse. Also man muss doch immer nachdenken, wie diese Nachrichten weitergeleitet werden und wer daran interessiert sein könnte. Deswegen für ereignisbasierte Kommunikation, die ist die einfache Lösung, die wir benutzen, das heißt, wir schicken einfach Broadcast-Signale auf. Und wenn wir nicht wissen, welche Fälle auftreten können, benutzen wir den Broadcast-Ansatz. Wir nennen das Single-Hop-Broadcast, also Ein-Hop-Broadcast, weil wir die Nachrichten nicht weiterleiten. Aber wenn man eine ereignisbasierte Kommunikation hat, dann weiß man, wer zum Beispiel interessiert sein könnte. Zum Beispiel für die Panne, für den Fall mit der Panne, wissen wir, dass alle folgenden Fahrzeuge interessiert sein könnten an dieser Nachricht, an dieser Information. Aber Autos, die schon vorbeigefahren sind, haben keinen Vorteil von dieser Information. Also kann man einen speziellen Bereich definieren und eine Nachricht schicken, die geschickt oder weitergeleitet wird in diesem Bereich. Und man kann die Leute in all diesen Autos informieren, die noch folgen. Also das sind zwei wichtige Weiterleitungsmechanismen. In Europa haben wir das Geo-Net-Protokoll, Geo-Networking oder Geo-Networking. Und das enthält diese beiden Routing-Algorithmen, aber die anderen sind jetzt nicht so wichtig. Aber was man sehen kann, ist, dass dieses Geo-Networking-Protokoll drei Header hat. Der Basic-Header und der Common-Header haben Kontrollinformationen über das Protokoll. Und die erweiterten Header haben zusätzliche Daten für die Algorithmen, die verwendet werden, um die Informationen zu senden. Die Trennung zwischen dem Basic-Header und dem Common-Header, darüber sprechen wir später nochmal. Für die USA, dort gibt es nur einen Header und der Header ist ganz einfach. Und da geht es mehr um die ereignisbasierte Kommunikation und deswegen wurde vielleicht gedacht, man braucht nicht diese zusätzlichen Algorithmen. Und dieser Header ist deswegen einfach nur ein Broadcast-Protokoll. Wie ich schon gesagt habe, ist der Titel, dass es auf 802.11p basiert ist und beide Standards basieren darauf. 802.11 erfordert einen Header, einen Logical Link Control, eine logische Verbindungskontrolle und ein Subnetz-Access-Protokoll. Das ist für Nachrichten-Multiplexing und alle Nachrichtentypen haben einen festen Identifier und man sieht es hier ganz oben. Die P-Erweiterung von 802.11 ist ein Flag und das ist das .11 OCB activated. Und das bedeutet außerhalb von BSS auf einem Basic-Service-Set. Und das deaktiviert alle Dinge, die mit Access-Points zu tun haben. Das heißt, es gibt kein Access-Point-Discovery, man hat keine Authentisierung, man hat keine... Alle diese Sachen, die mit Access-Points zu tun haben, die gibt es nicht. Und es gibt andere Sachen noch, die wir hier auch nicht brauchen. Und wir benutzen auf jeden Fall 802.11 nur für Broadcast. Ja, das ist schon fast alles über die Header. Aber ich möchte noch etwas über die Frequenzzuweisung sagen, die wir tatsächlich benutzen. Das ist das Frequenzband, das wir benutzen. Und das ist nicht fest verbunden mit einer bestimmten Technologie. Das heißt, man kann beliebige Technologie in diesem Frequenzband verwenden, aber sie müssen eine Verbindung haben zur ITS. Und USA und Europa ist hier etwas unterschiedlich in der Leistung, in der Sendeleistung, die benutzt werden kann. Aber das ist auch schon alles. Und das ist im Wesentlichen das Konzept der Standards. Und da muss man einfach in den Standard gucken. Wie benutzen wir Sicherheit in der Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation? Und wir haben einige Anforderungen, einige Sachen. Wir haben zum Teil mit Sicherheit und mit Unfällen. Damit müssen wir uns beschäftigen und wir müssen die Sensoren authentifizieren. Und es sollte nicht einfach irgendjemand eine Nachricht senden können. Das wäre viel zu gefährlich, unserer Meinung nach. Aber wir wollen auch die Privatsphäre des Fahrers schützen. Und wir haben einige Sachen, die wir nicht haben wollen, wie Klartextübertragung. Aber leider weiß ich nicht so viel über die USA hier. Also spreche ich hier nur von den europäischen Standards. Das Problem ist jetzt, dass wir über Sicherheit nachdenken müssen. Für den Fall, dass wir wollen Security haben und wir wollen nicht, dass irgendjemand die Nachrichten verändern kann. Und das Problem ist dann, dass wir irgendwie eine Signatur ans Ende machen müssen. Eine Security-Payload. Aber wenn man... Sorry. Wir können nicht AES benutzen oder etwas Ähnliches, weil wir ein Shared Secret haben müssen. Und das Secret, den geheimen Schlüssel auf viele Millionen Autos zu verteilen, dann wäre es nicht mehr geheim. Also müssen wir... Wir müssen etwas wie... Wir müssen etwas wie... Entschuldigung. Wir müssen etwas wie AES benutzen oder etwas wie elliptische Kurven oder so etwas. Und das Problem ist dann, dass man einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel hat und die miteinander verbunden sind. Und wenn man einen privaten Schlüssel hat oder wenn man eine ID liest von einem Public Key oder wenn man es mit einem öffentlichen Schlüssel entschlüsseln kann, dann gibt es nur einen privaten Schlüssel dazu. Und das ist dann ein eindeutiger Identifier. Also Privatsphäre ist ein Problem mit diesem Ansatz. Und deswegen haben wir ein Pseudonym-Zertifikat und ein langes Zertifikat. Und um herauszufinden, wie das... zu verstehen, wie das funktioniert, müssen wir uns die Public Key Infrastruktur angucken. Jedes Auto bekommt ein Long-Term-Zertifikat, ein Langzeit-Zertifikat. Und diese Langzeit-Zertifikat-Authority, das bekommt es bei der Herstellung... Und jedes Auto bekommt bei der Herstellung ein Langzeit-Zertifikat. Und wir wollen nicht, dass Autos von verschiedenen Herstellern... Und das heißt, wir brauchen eine Root-Zertifikat-Authority. Und jeder Hersteller hat seine eigene Langzeit-Zertifikat-Authority. Und wir brauchen Features wie Cross-Zertification. Das heißt, vielleicht hat jedes Land seine eigene Root-Zertifikat-Authority. Und das ist aber eine politische Entscheidung, dass wir da Cross-Zertifikat haben. Aber es ist nicht erlaubt, diese Langzeit-Zertifikate zu benutzen für die Kommunikation mit anderen Fahrzeugen. Für die Kommunikation mit anderen Autos benutzen wir diese Pseudonym-Zertifikate. Und eine Eigenschaft davon ist das Auto, dieses Zertifikat so aufwechselnd, wie es will. Und man benutzt diese Langzeit-Zertifikate, um zur Authentifizierung der Pseudonym-Zertifikate. Und das weiß natürlich über die Root-Zertifikat-Authority. Und es braucht aber nichts zu wissen von der Long-Term-Zertifikat-Authority. Und man kann ganz viele Pseudonym-Zertifikate herstellen. Und man hat eine Art Privatsphäre, weil man ganz viele Pseudonyme hat. Und wie viele Zertifikate hat man? Die Sache ist, dass man mehr als 20 parallele Zertifikate haben kann für ungefähr eine Woche. Und es gibt einige Regeln, wann man das Zertifikat ändern muss. Zum Beispiel, wenn man den Motor startet und ungefähr alle 10 bis 30 Minuten muss man sich ändern. Aber alles, das wird gerade auch noch diskutiert. Also das ist noch nicht standardisiert. Und für das Autokommunikationskonsortium wird darüber gesprochen. Es steht noch nicht fest. Was bedeutet das, wenn man sein Pseudonym wechselt? Wie man an der rechten Seite sehen kann, die Sicherheit ist nicht vertikal, sondern eine horizontale Schicht in unserem Stack. Weil man jeden Identifier, den man hat, ändern muss. Also auch die MAC-Adresse und die Identifikatoren müssen auch für die Anwendung verändert werden. Also ich würde persönlich auch sagen, dass die Sicherheit eher so aussehen sollte in dem Stack. Wir haben aber noch ein anderes Problem mit dem Pseudo-Identifizieren, Identifikation. Wenn man über eventbasierte Kommunikation nachdenkt, dann gibt es Fahrzeugdynamik und Fahrzeugdimensionen, die man bedenken muss. Es gibt ein kleines Problem damit. Wenn man einen Volkswagen Golf hat oder einen BMW oder sowas, dann ist alles okay. Aber wenn man einen Lamborghini fährt, dann hat man eine sehr herausragende Fahrzeugdimension, sehr flach, sehr lang. Wenn man mit einem Lamborghini herumfährt, dann hat man halt das Problem, dass die Identifikationen sind ein bisschen anders. Anders und alle anderen Autos sehen nicht aus wie ein Lamborghini und das muss man bedenken. Und deswegen geht es da um plus minus 10 Zentimeter bei diesen Werten. Aber man muss sich darüber einen Kopf machen und das bedenken. Okay, die Langzeitzertifikate sind für mehrere Jahre gültig, aber auch die müssen irgendwann ausgetauscht werden. Das ist das Gleiche mit den Root-Zertifikaten. Aber wie ihr hier sehen könnt, wir benutzen elliptische Kurven und über diese Standards haben wir lange gesprochen. Und wir benutzen dann tatsächlich diese Kurven in den Standards, aber auch da gibt es noch Diskussionen, zum Beispiel im Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik in Deutschland. Und die wollen das gerne verändern. Und eine Veränderung, die sie haben wollen, ist, die wollen andere Kurven haben. Für uns ist es aber nicht wichtig. Sie wollen die Brainpools haben. Für uns ist es egal, aber die ECDSA 246 Kurven sind das für uns am einfachsten. Dafür funktioniert unsere Hardware gerade, aber wir sind nicht davon abhängig, welche Kurven wir benutzen. Wir benutzen die Elliptic-Curves für die Zertifikate und die wollen das ändern. Aber wir brauchen das nur für die Kommunikation zwischen Fahrzeugen. Eine Sache über die Hardware-Zertifizierung ist, dass wir, also wir streben an, dass wir im schlimmsten Fall nur 700 bis 800 Nachrichten bekommen. Sonst kriegt man nämlich ein Problem mit der Zertifikate, Validierung. Aber das ist schlechtester Fall, Abschätzung. Also Worst-Case-Abschätzung. Am Anfang wird das nicht das Problem sein. Okay, was weiter? Ja, wir müssen darüber nachdenken, wir müssen über viele Sachen nachdenken. Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir Kommunikation und Datenaustausch nachgedacht, aber das Problem ist, die Daten müssen interpretiert werden. Wir müssen wirklich seltsame Situationen definieren, Sachen, die man am Anfang nicht erwarten würde. Wenn man eine Position hat, die man mit allen seinen Autos um sich herum teilt, dann hat man einen erweitert. Und als Fahrzeugassistenzentwickler muss man sich überlegen, wo ist das Kommunikationsgerät, wo ist die Referenzposition am Anfang oder am Ende des Autos? Das könnte ein zwei Meter Unterschied sein. Über solche Sachen muss man eben mit allen anderen reden. Wir sollten das also auch standardisieren und die auslösende Kondition sollte, dass es nicht so einfach zu definieren, wann man solche Nachrichten losschickt. In den Vereinigten Staaten haben wir Anforderungen an die minimale Performance dafür. Und dann gibt es natürlich auch noch Herausforderungen, wenn wir über Sicherheit sprechen, dann wollen wir wissen, wie das System funktioniert, an den Systemgrenzen. Also, was passiert, wenn der Kanal voll ist, zum Beispiel, wenn man einfach keine neuen Nachrichten mehr schicken kann? Oder wie weit kann man kommunizieren? Welchen Einfluss hat die Umgebung des Fahrzeugs? Welche Einwirkung hat zum Beispiel eine Brücke auf diese Kommunikationstechnologie? Und wir müssen auch überlegen, wie das ist mit Zollbrücken zum Beispiel. Außerdem möchte ich eine kleine Einführung der Technischen Universität in Prag reden. Die hat ein Patch für den Linux-Könle gemacht, für den ITW 802.11-P-Standard. Das ist noch nicht fertig, aber ich hoffe, dass das Anfang nächstes Jahr fertig wird. Ihr werdet es auf dieser Adresse sehen und finden können. Wenn ihr interessiert seid daran, dann könnt ihr es auf GitHub sehen. Ich glaube, da gibt es noch mehr Implementierung, aber das ist eher etwas, was wir nutzen. Ja, okay. Was passiert in der Zukunft? Für die Zukunft muss man ein bisschen was wissen über Fahrzeugassistenzsysteme. Wenn man als Ingenieur darüber nachdenkt, über diese Fahrzeugassistenzsysteme, dann hat man eine Kontrollschleife mit Sensoren am Anfang, mit sehr vielen Sensoren am Anfang. Diese Daten sind nicht so einfach zu interpretieren. Deswegen haben wir eine Fusion, die eine Weltansicht generiert für dieses eine Auto. Dann wird das interpretiert und ausgewertet. Und dann macht man sich eine Strategie, einen Plan, was man im Verkehr machen möchte. Dann braucht man eine Kontrolleinheit, die das kontrolliert, wie man handelt. Und die Effekte auf die echte Welt auslösen. Und dann fängt das Messen von Neuem an. Der Standard, also normalerweise sprechen wir von Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation, geht es um Sensoren, weil man damit viele Informationen aufnehmen kann, die man für die Fahrzeugassistenzsysteme verwertet. Aber man sendet ja auch Informationen aus, deswegen ist man ja auch Aktor. Also Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation ist nicht nur Sensorik, sondern auch Aktorik. Und die rechte Seite ist etwas, was in der Zukunft wichtig sein wird. Aber wenn wir uns erstmal auf die linke Seite konzentrieren, dann, also mit diesen Zustands-Ereignis-basierten Kommunikationen senden wir Informationen aus von einem Fahrzeug. Aber wir fügen auch noch Informationen dazu von anderen Fahrzeugen. Zum Beispiel, wenn ein Fahrzeug ein anderes wahrnimmt, hinter diesem Gebäude zum Beispiel, dann kann die Distanz zu diesem Auto auch mit ausgesendet werden. Also zum Beispiel, das rote Auto kann die Distanz zu dem weißen Auto an das blaue Auto senden. Die zweite Idee ist, dass man, dass wir die geplante Trajectories eines Fahrzeugs aussenden kann. Dann hat man fünf bis zehn Sekunden Zeit, das auszusenden, dass die Annahmen, wie die Umgebung sich entwickeln wird in den nächsten paar Sekunden, das könnte eine sehr nette Information sein, um Manöver auf der Straße zu planen. Und am Ende sind wir vielleicht sogar in der Lage, mit diesen Sachen zu kooperieren. Und Manöver zu planen, mit mehreren Fahrzeugen gemeinsam zu planen. Das sind so die Ideen, die wir für die Zukunft haben. Aber das ist gerade erst Konzeptphase dieser Ideen. Ja, damit habe ich meinen Vortrag beendet. Gibt es irgendwelche Fragen? Die beiden ersten Fragen aus dem Internet. Ja, danke. Anstatt einzelne Ereignisse aussenden, warum nicht einfach einen Standardsatz von Sensordaten senden, sodass das Auto einfach ausrechnen kann, was relevant ist. Vielleicht wäre das einfach zukunftssicherer, wenn es um automatisches Fahren geht. Ja, das stimmt von und ganz. Es ist eher diese aufmerksamkeitsbasierte Kommunikation. Das ist was, was wir machen wollen. Aber wir werden nicht die normalen Sensordaten aussenden, sondern wir werden eher Distanzen zwischen Fahrzeugen aussenden. Aber ja, das ist geplant. Die zweite Frage aus dem Internet. Ja, danke. Wie effektiv würde so ein System sein, wenn das private Root Certificate Authority öffentlich wäre? Ja, das ist ein Problem tatsächlich, das wir noch bedenken müssen. Aber ihr habt ja schon gesehen, dass es diese Cross-Zertifizierung gibt. Und wenn es exploit ist, dann kann man vielleicht das Problem lösen, wenn man annimmt, dass man mit unterschiedlichen Root Zertifikaten ein Langzeit-Zertifikat unterschreibt. Dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn ein Root Certificate Authority nicht mehr vertrautswürdig ist. Dann benutzt man einfach eine zweite Root CR. Das könnte vielleicht eine Lösung sein. Ja, die zweite Frage hier drüben. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe gesehen, dass es auch ein Monitoring gibt, das ja auch beobachtet, was andere machen in der Gegend, in dem Bereich. Und erst mal wollte ich sagen, dass es gibt eine Anstrengung von Intel und BMW und einer britischen Universität. die machen etwas Vergleichbares, aber natürlich auch in Konkurrenz. Und ja, da will ich jetzt nicht zu sehr auf die Einzelheiten eingehen, aber ich wollte das einfach mal zur Kenntnis bringen. Und das Zweite ist, was ist mit der Verfügbarkeit? Und Volkswagen steht sehr hinter dem Car-to-Car-Konsortium, aber andere Autohersteller gehen eher in Richtung einer serverbasierten Kommunikation. Das heißt, die Autos reden nicht direkt miteinander, sondern nur über Backend-Server. Und ja, weißt du was darüber? Ja, das stimmt. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das Problem zu lösen. Am Ende wird man irgendeine Art Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation haben, aber es ist nicht ganz klar, wie man das Problem am Ende löst. Also man könnte Wi-Fi benutzen, wie ich vorgestellt habe, oder Backend-Kommunikation benutzen. Das Problem dabei ist, dass man Abdeckung des Mobilfunkgerätes braucht. Also wenn man dann in einem Tunnel ist, dann hat man plötzlich keinen Empfang mehr und dann kann man keine Kommunikation zwischen Fahrzeugen mehr haben. Wi-Fi hat da immer noch Empfang. Und außerdem gibt es wahrscheinlich Latenzprobleme geben. Es wird zwar weniger und weniger werden, weil die Technologie besser wird, aber es gibt da noch andere Probleme mit Backend-basierter Kommunikation. Okay, nächste Frage. Ich habe eine Frage über das Konzept, zu dem Konzept, wenn ich ein Auto kaufe, dann bekomme ich ein Gerät, das Nachrichten sendet. Und auch wenn die signiert sind und so, aber wie halte ich Leute davon ab, einfach Denial-of-Service-Attacks zu machen? Das kann man nicht machen. Man kann das nicht verhindern, aber das ist überall das Gleiche. Wenn du eine verteilte DOS-Attacke machen möchtest, dann kannst du einfach die Frequenzen benutzen, die wir benutzen. Das kann man nicht vorbeugen. Der Trick ist, das zu erkennen. Also wir brauchen Messungen, die diese Art von Angriffen erkennen. Und dann können wir das Fahrzeug stoppen. Also wir brauchen da noch Backup-Pläne, für wie man sich dann mit dem Auto verhält. Danke. Nächste Frage. Hi, danke. Es war ein sehr interessanter Überblick, denke ich. Ich habe eine Frage über die Pseudonym-Zertifikate. Mein Verständnis ist, dass das die unmittelbare Gefahr behebt, dass man Bewegungsprofile von dem Auto machen kann oder eine Bewegungsgeschichte machen kann in der unmittelbaren Umgebung. Aber man kann immer noch eine vollständige Bewegungsgeschichte machen von einem Auto, indem man einfach nur alle Daten empfängt. Weil die Route CA natürlich, welche Pseudonym-Zertifikate zu welchem Auto gehören oder gibt es irgendwie Blind-Signaturen hier. Und ich glaube, es gibt noch ein anderes Problem. Wie behandelt ihr Pseudonym-Zertifikat-Umschaltung, den Wechsel? Denn wenn man Daten bekommt von Zertifikat 1 und dann bekommt man plötzlich von Zertifikat 2 Daten, dann weiß man, dass Zertifikat 1 jetzt Zertifikat 2 ist. Ja, das Zweite ist ein Problem für die Anwendung für die Fahrzeugassistent-Systeme. Man kann das überwinden, wenn man weiß, dass ein Fahrzeug nicht springen kann. Ja, man weiß genau, dass das dasselbe Fahrzeug ist. Das heißt, man verliert einfach diese Privatsphären. Ja, man kann diesen Identifizierer dann nicht mehr benutzen. Das stimmt, das ist genau warum. Aber das Auto, das springt nicht einfach rum. Also das Auto fährt ja geradeaus weiter. Und wenn man sieht, dass ein Pseudonym verschwindet und ein Neues an genau demselben Punkt auftritt und dieselbe Bewegung hat, dann weiß man vielleicht versucht, dass es das gleiche Auto sein wird. Ja, das ist genau das, was ich sagen wollte. Warum macht man das dann überhaupt, wenn man trotzdem noch das Fahrzeug vollständig verfolgen kann? Ja, das ist die erste Frage. Ich habe mich auf die zweite Frage bezogen. Die erste Frage ist, das Problem ist jetzt, ja, das ist möglich, aber nicht die Root Certificate Authority weiß das. Die signiert nur die ATCAs und die Pseudonym CTAs. Aber das Problem ist, dass andere Technologien auf den gleichen Zweck benutzt werden können. Also man hat eine ID auf dem Nummernschild. Wenn man rumfährt, wenn man eine Kamera benutzt, dann kann man das gleich einfach machen. Ich kann auch mein Nummernschild wechseln. Aber selbst wenn du das Nummernschild änderst? Ja, bitte nur kurze Fragen und mit einem Fragezeichen am Ende stellen. Noch eine Frage. Ja, okay, vielen Dank. Meine Frage ist, wer betreibt die Root Certificate Authorities? Machen das die Länder oder eine Firma oder eine unabhängige Organisation, wie zum Beispiel das K2K-Konsortium? Es kommt darauf an. Das ist eine politische Entscheidung am Ende. Ich denke, für Infrastruktur in Deutschland wird das von der Regierung oder einer Institution der Regierung gereguliert werden. Das ist eine politische Entscheidung. Die wollen das so. Aber eigentlich kann das am Ende jeder machen. und dann kann man über die Root-CA-Cross-Signing arbeiten. Das ist eine politische Entscheidung. Da kann ich nicht viel zu sagen. Die beiden nächsten Fragen aus dem Internet. Nichts mehr aus dem Internet? Okay, gut, dann hier. Wenn man lokal im Auto also ein Pseudonym-Zertifikat signiert, wo das wird erzeugt, wenn man das Auto startet, dann muss man darüber nachdenken, über Benutzungszeiten, dass Autos 10, 12, 14 Jahre im Betrieb sind. Wie garantiert man die Sicherheit der Security-Chips, dass sie nicht kompromittiert werden? Das ist schwer, aber wir werden diese Zertifikate austauschen in diesen Chips. Wenn man den Fast-Joy-Händler besucht, was passiert, wenn die Algorithmen nicht mehr sicher sind, dann sollten wir die Hardware austauschen in den Service-Stationen. Ja. Ja, eine Folgefrage dazu. Das heißt, wenn ich ein Angreifer bin, dann kann ich nicht einfach zu dem Service-Point gehen und nach 5 oder 10 Jahren kann ich das Auto benutzen, um falsche Nachrichten zu schicken. Das wäre dann mein Angriff. Ja, wir arbeiten an Sicherheitsmessungen innerhalb des Autos, sodass es nicht so einfach ist, Teile auszutauschen und neue Daten einfach einzufügen. Momentan ist das möglich, aber da wird es Messungen geben, die diese Attacken verhindern. Noch eine Frage von hier? Danke. Wie, ich verstehe, ihr benutzt die Privatschlüssel und öffentlichen Schlüssel-Authentifizierung. Das heißt, man erzeugt 20 Pseudonym-Zertifikate pro Woche. Und wie transferiert man die öffentlichen Schlüssel zu den Autos? Ah, ja, das habe ich vergessen zu erkennen, dass die Security-Headers, Entschuldigung, ich bin ein bisschen durcheinander. Die Zertifikate werden mit jeder Nachricht verbreitet, im schlimmsten Fall. Wir haben Messungen, um das zu reduzieren, aber wenn man die Nachricht austauscht, dann fügt man hinten dran immer sein Zertifikat dran. Das heißt, ich signiere mein eigenes... Entschuldigung? Diese Folie. Nein, man unterschreibt nicht sein Pseudonym-Zertifikat. Das kriegt man von dem Pseudonym-Zertifikat-Authority. Ja, aber wenn ich meine Nachrichten verschicke und meinen Schlüssel und den öffentlichen Schlüssel mitsende, dann kann ich nichts senden. Warum? Der private Schlüssel ist im Auto. Du kannst das, also... Du unterschreibst die Nachricht mit dem privaten Team. Ja, aber der öffentliche Schlüssel muss dem Empfänger bekannt sein. Ja, der öffentliche Schlüssel wird am Ende deiner Nachricht dran angehängt und der öffentliche Schlüssel ist an der Pseudonym-Zertifikat-Authority unterschrieben. Und die kann man... Am Ende muss man wissen, die Route-Zertifikate im Auto kennen. Das müssen wir am Anfang in die Autos packen und später vielleicht austauschen. Aber wenn man die kennt, dann kann man die ganze Kette prüfen. Okay, jetzt nächste Frage von hier. Also wenn ein Angreifer in der Situation ist, dass er Nachrichten signieren kann mit falschen Daten, kann er dann ein DDoS machen auf andere Autos, indem er Nachrichten auslöst, schickt die Notbremsung auslösen und könnte das mehr Unfälle erzeugen für Autos, die nicht im System sind? Ja, wenn man diese Möglichkeiten hat, dann kann man natürlich solche Nachrichten raus senden und Events auslösen, die wir nicht wollen. Dann haben wir aber auch noch andere Sensoren und verlassen uns nicht nur auf die Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation und auch die anderen Sensoren agieren mit. Und man validiert Logik und kann dann im Auto und kann dann solche Sachen erkennen und solche Nachrichten einfach nicht mehr hören. Das heißt, wenn ich einfach nur ein Auto simuliere und habe Hardware, die einfach diese Nachrichten signiert und dann kann ich und vollständige Kontrolle habe, dann können sie nicht unterschieden werden von echten Nachrichten. Wenn ich ein Fahrzeug-Assistenz-System habe, dann verlasse ich mich nicht nur auf Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation. Das macht man nicht. Das ist dasselbe wie mit Radar. Man verlässt sich nicht nur aufs Radar. Man benutzt viele Sensoren und ein ganzes Set von Sensoren hat irgendwie eine logische Ansicht und wenn da irgendwie die Logik kaputt ist, dann kann man sowas erkennen und darauf reagieren, das Fahrzeug deaktivieren oder den Fahrer informieren. Das ist die einzige Lösung. Aber man kann es erkennen. Noch eine Frage. Kannst du nochmal sagen, was die mittlere Länge der Nachrichten ist und welchem Format die sind und welche Länge hat das Zertifikat? Das heißt, kann man das Web-Format nehmen aus den US oder ein eigenes Format? Wir haben ein eigenes, entwickeltes EC-Format. Die Länge ist eine schwere Frage. Wir können manche Teile der Nachrichten auslassen. Es kommt darauf an, mit welcher Frequenz wir senden und solche Sachen. Aber ungefähr 270, vielleicht 300 Byte für Cam for Denim. Es ist ein bisschen größer, aber das ist echt schwer. Das kommt auf den Nutzerfall an. Und das Verhältnis zwischen Klartext und Sicherheitsinformation, das heißt Zertifikatslänge und... 50-50. Sicherheit macht hier wirklich einen großen Teil aus. Das ist der Grund, warum wir Elliptic Curve benutzen, um kleinere Zertifikate zu haben. Nächste Frage hier. Vielen Dank. Eine Frage ist, ist es geplant, dass die Zertifikate revoked werden können und dass die Revocation-Information, wie kommt die in die Autos? Entschuldigung, kannst du die Frage bitte wiederholen? Wie kommt die Revocation-Information in die Autos? Gibt es eine Möglichkeit von CILs oder CSP-Diensten? Zurückrufen von Zertifikaten ist noch nicht definiert bis jetzt. Das Problem ist, dass man das Zurückrufen nicht in die Autos bringen muss für die Public-E-Infrastruktur, weil man eine Woche mit dem Problem lebt, dann braucht man neue Zertifikate für die Pseudonym-Zertifikate. Also braucht man die Zurückrufung momentan nur für die Pseudonym-Zertifikate. Das Problem ist, wenn man nicht weiß, welche Zertifikate benutzt werden, weil man keinen Identifier hat, dann muss man das erkennen und das ist das größere Problem. Soweit ich sehen kann, ist die typische Anwendung von Auto-zu-Auto-Kommunikation Fälle, in denen die Sensoren nicht mehr helfen, weil man das Auto vor dem langen Fahrzeug nicht mehr sieht. Wir versuchen das zu ändern mit einem der Aspekte der Zukunft. Also wenn du ein Auto vor dir hast, was du sehen kannst und seine Aktionen siehst, dann kannst du diese Messungen machen und auch auswerten, auch die Messungen von anderen Autos und das führt zu Situationen, wo man alle Fahrzeuge um sich nimmt, um eine logische Datenvalidierung zu betreiben, um die Daten zu validieren. Das wird passieren, das ist eine Sache, die wir daran machen wollen. Aber es ist noch ein Problem, das ist der Grund. Aber wir gehen davon aus, dass man diese Daten benutzt, um zu planen und man sie auch, aber du kannst natürlich die Daten benutzen, um das Bremslicht, für Gefahrenbremsen ist vielleicht ein Problem in diesem Moment, aber für fortgeschrittene Fahrzeuge Assistenzsysteme, dann wollen wir die Daten benutzen für Planen und wenn der Plan nicht funktioniert, dann braucht man irgendwie einen Backup-Plan, einen Alternativplan. Darum geht es immer. Es geht immer um Alternativ-Feed. Ja, danke. Noch eine Frage von hier. Du hast darüber nachgedacht, über das folgende Problem. Ich meine, man hat ganz viele Autos in der Welt und manche Autos haben ganz viele von diesen Pseudonym-Zertifikaten und als ein Angreifer, der so eins fälschen will, braucht man nur ein gültiges Pseudonym-Zertifikat, um viel Unsinn anzustellen. Und sollte das nicht ganz einfach sein, Geld für einen Cluster auszugeben und ganz viele solche privaten Schlüssel zu erzeugen? Weil es so viele Pseudonym-Zertifikate gibt für so viele Autos, sollte es nicht einfach sein, nur ein einzelnes gültiges Pseudonym-Zertifikat zu machen, um Schaden anzurichten? Ja, man hat ein, also, du hast eine Zeitrestriktion für so ein Pseudonym-Zertifikat. Also, wenn du das dann hast, dann hast du es für eine Woche am Ende. Und ja, man muss mit diesem Problem leben, aber du hast es auch nicht weltweit, sondern du hast es in Europa oder in Amerika, aber ja, es ist möglich. Das heißt, das heißt, die Lebenszeit des Zertifikats, okay, jetzt nur noch 20 Sekunden, dann geht es vielleicht. Danke. Ich wollte nur fragen, wir sehen jedes Jahr, dass Security-Konzepte gebrochen werden und wie funktioniert das hier, wenn es kein ECD 250 6 ist und wir haben Hardware-Beschleunigung für dies. Und wenn das Auto hier ein Langzeitprodukt ist? Ja, wenn das passiert, dann müssen wir Lösungen finden und austauschen. Ja, okay, es ist leider keine Zeit mehr. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020